Warnung! Das Video ist very krebserregend. Moin meine Süchtigen hier draußen, der TinyChris. Die Fahne am Anfang des Videos war wirklich ernst gemeint. Jetzt wieder was ich in der Hand halte. Alter, what the fuck. Am Anfang aber erstmal ein richtig herzliches Dankeschön zu eurem krassen Support von meinem letzten Video. Das zeigt wirklich, dass wir da einer Meinung sind. Und jetzt kamen auch wirklich sehr vernünftige Kommentare zustande. Finde ich echt sehr stolz auf euch. Dass wir da mal so offen drüber reden konnten. So. Und das ist wirklich AIDS, Alter. Und Krebs zugleich. Holy shit. Muss mal nachladen. Oh Gott! Hier! Das musste jetzt sein. Lol, hallo! Tragst du rum, Alter? Hm. Hm. Überblick meine Kinetikweste mal aufladen hier. Die, weil ich brauchen. Oh scheiße, Alter. Oh scheiße, Alter. Oh scheiße. Oh scheiße. Hilfe! Oh nein. Ich sag's wirklich mit der Gorgon. Leck mich im Arsch. Oh Gott. Mach es. Huh! Huh! Alter. Oh, macht das Spaß. Butterfly. Was Kleines mit was Großem in Kombination. Super. Das wird aber als nächstes Video dann, äh, ein anderes Spiel kommen, wie ich's angekündigt hab. Wir werden da mal ordentlich Abwechslung schaffen. Lasst euch auf jeden Fall mal überraschen. Was ich da hochladen werde. So, guck mal her. Huh! Ich spiele wie gehabt, bis ich tot bin. Und dann setzt man das malerische Bein her. Kennt das ja. Wir werden da Spaß haben. Und hetzen uns nicht. So. Der Tod wird wahrscheinlich nicht so lange auf sich warten lassen. Ja. All we brought this piece of shit. Ich bin kein shit. Ach, wisst ihr was? Ich werde hier an dem Spot auch sterben, aber es ist einfach egal. Der will mich persönlich juckzen. Nicht wie ich im letzten Video gesagt hab. Die Scores hab ich so gemacht. In meinem Video sind extra drauf geachtet. Weil eben der Großteil der Zielgruppe sowas wollte. Aber ich hab mich letztens wieder mal drüber ausgelassen. Und gesagt, mir wär's eigentlich egal. Und da ihr einverstanden seid. Dass wir unseren Kanal hier. Auf Spaß und Stellen. Dann machen wir das auch so. Und als nächstes werde ich dann ein anderes Spiel hochladen. Bam! Alter! Oh, super. Hui, komm. Raskel. Yes! Okay, auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen. Und freu dich aufs nächste Video. Drei Minuten mit der Gorgon. Ja. Loll. Aufnahme ausgemacht. Das war wirklich krebserregend. Ich weiß, dass ich auch die Warnung anfange. Ich bin wieder auf die Aufnahme-Taste gekommen. Yo, okay. What the fuck? Ja, tut mir leid. Donald Truck. Wo hast du die Gorgon hingesteckt? Das gehört da unten. Wo holst du die Gorgon raus? Hilfe. It's true. Ich bin wieder. Amen. Ich bin wieder. cetera. oper pronunciation. consumers. Ich bin wieder. Spirit. freely north. nachher.